Lange Zeit schien es ein Zweikampf um die Nachfolge als ÖSV-Präsident von Peter Schrocksnadel zu werden und zwar zwischen Renate Götzschl und Michael Wallhofer. Nun die überraschende Wende. Karl Schmidhofer soll der neue ÖSV-Chef werden. Bislang ist er Verbandchef des Steirischen Skiverbands, Tourismusunternehmer aus unserer Region sowie ÖVP-Nationalratsabgeordneter. Ein ÖSV-Präsident aus unseren Breiten wäre sicherlich auch für unsere Region eine Aufwertung. Keine guten Nachrichten gibt es von den Veranstaltern der Tour de Mur. Die Jubiläumstour muss aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie auf 2022 verschoben werden. Sie wird dann vom 16. bis zum 18. Juni stattfinden. Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit. Trotz pandemischer Einschränkungen ist das Radfahren im kleinen Kreis natürlich weiterhin erlaubt. Sie können eigenverantwortlich und zeitlich unbegrenzt trotzdem die wunderschöne Route der Tour de Mur, selbstverständlich unter Einhaltung aller pandemischen Vorgaben, abfahren. Am Red Bull-Ring heulen heuer wieder die Motoren und das gleich in doppelter Ausführung. Nach dem Toppelrennen in der MotoGP wird auch die Formel 1 für zwei Rennen in Spielberg-Halt machen. Das erste Rennen, der große Preis der Steiermark, findet am 27. Juni statt. Eine Woche später, am 4. Juli, dann der Grand Prix von Österreich.